Heute ist Onkel Bao zu Besuch. Bao, bleib halt noch mal drin. Geh mal zu deinen Neffen und Nichten. Mei, der Onkel Bao, schaut her, wie er sich kümmert um die Neffen und die Nichten. Und wieder ganz vorn die Apollonia, gell? Ah ne, das ist ja der Archimedes, äh, der Antares. Jetzt haben wir keine Gletscherwürste, jetzt haben wir Schwarzwürste. Onkel Bao, der kommt dann schon. Ich denke auch, der kommt.